Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Nach dem Galaxy S20 Fan Edition vom Oktober 2020 kommt nun der lang ersehnte Nachfolger. Das Samsung Galaxy S21 Fan Edition oder kurz S21 FE. Angekündigt wurde es am 4. Januar und ist ab dem 11. Januar 2022 bei euch im Handeln. Was kann dieses Gerät alles? Für wen ist es gedacht? Und vor allem, wie verkaufen wir es am besten? Diesen Fragen gehen wir heute gemeinsam nach. Schön seid ihr mit dabei und viel Spaß! Bevor wir loslegen, müssen wir das Gerät erst einmal einordnen. Das Galaxy S21 FE ist eine Erweiterung der S21 Serie. Es geht darum, den Fans von hochwertigen Geräten einen preiswerten Zugang bieten zu können. Insbesondere auch denjenigen Kunden, die sich vielleicht ein S21 Ultra schlicht nicht leisten können. Hier zählt für den Kunden vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und genau darauf ist das S21 FE perfekt ausgelegt. So erhält man auch mit kleinerem Budget einen umfangreichen Vorgeschmack darauf, was mit einem Galaxy Smartphone alles möglich ist. Wir können uns das S21 FE, also als eine Art kleiner Bruder der S21 Serie, vorstellen. Diese Produktkategorie existiert erst seit dem Jahr 2020 und dem S20 FE. Die Produktkategorie kam aber sehr schnell sehr gut an. Den schauen wir uns die weltweiten Verkäufe an, dann waren zwei von drei S20-Geräten S20 Fan-Editions. Höchste Zeit also, den Kunden noch mehr für ihr Vertrauen zu bieten. Bevor wir uns mit den einzelnen Features beschäftigen, brauchen wir erst einmal einen Überblick. Das Galaxy S21 FE kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll und in vier Farben in die Schweiz. Grafit, Weiss, Lavendel und Oliv. Alle diese Farben bewusst schlicht und selbstbewusst gehalten. Und vielleicht noch wichtiger sind genau die gleichen Farben wie bei den Galaxy Buds 2. Ihr wisst also bereits, was sich für ein Upsell anbietet. Alle vier Farben gibt es zudem in zwei Speichervarianten. Zum einen 6 GB RAM und 128 GB Speicher, zum anderen 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Und ja, das Gerät ist IP68 zertifiziert, also 1,5 Meter während 30 Minuten im Süßwasser. Wichtig! Im Gegensatz zum Vorgänger hat das S21 FE keinen Micro SD Slot mehr für euch bereit. Das heißt, ihr müsst für den Kunden immer auch gute Cloud-Lösungen empfehlen. Der Preis liegt für die Variante von 128 GB bei 749 Schweizer Franken und für die Variante mit 256 GB bei 819 Schweizer Franken. Wenn der Kunde also den doppelten Speicher möchte intern, zahlt er lediglich 70 Franken mehr. Damit sind wir bereit in die Tiefe zu gehen und ich würde sagen, let's go! Um den Überblick nicht zu verlieren, könnt ihr euch drei Stichworte merken. Display, Leistung und Kamera. Keine Sorge, wir gehen das alles der Reihe nach durch, aber wir beginnen mit dem, was uns zuerst ins Auge springt, nämlich dem Display. Im Galaxy S21 FE wurde neu ein Dynamic AMOLED 2X Display verbaut. Im Gegensatz zum Vorgänger erhält der Kunde damit 64 mal mehr Farben als noch mit dem S20 FE. Vom Farbspektrum her ist das S21 FE damit identisch zur ganzen S21 Familie. Der Kunde muss hier also keinerlei Kompromisse machen. Hinzu kommt neu nicht mehr Gorilla Glass 3 im Front-Display, sondern das neueste Gorilla Glass 7, auch Gorilla Glass Victus genannt. Auch hier erhält der Kunde das robusteste Display, das Samsung zu bieten hat. Identisch zur restlichen S21 Familie und zum Z Fold 3 5G und Z Flip 3 5G. Letztlich ist auch für präzises Gaming und ruckelfreies Scrolling gesorgt. Das Display bietet wahlweise 120 Hz oder 60 Hz Bildwiederholungsrat. Damit passt sich die Anzahl der Bilder pro Sekunde zwar nicht laufend an, wie zum Beispiel beim S21, aber die schnellen 120 Hz sind immer verfügbar, wenn der Kunde sie tatsächlich braucht. Zusammengefasst heisst das für das Display Dynamic AMOLED 2X für 64 mal mehr Farben als der Vorgänger, Gorilla Glass 7 für maximalen Schutz und 120 Hz auf Abruf. Kommen wir nun zum Thema Leistung. Hier ist es zuerst einmal wichtig, den Prozessor hervorzuheben. Das Galaxy S21 FE erhält mit dem Exynos 2100 den identischen 5-Nanometer-Prozessor wie die gesamte S21-Familie und ist entsprechend leistungsstark. Dazu kommt eine Batterie mit 4.500 mAh Energie, damit der Kunde den ganzen Tag über poweratmen. Wer die Batterie aufladen möchte, kann dies mit Kabel und Superfast Charging bis 25 Watt tun oder ohne Kabel mit bis zu 15 Watt. Hinzu kommt ein weiteres Flagship Feature mit der Möglichkeit von Wireless PowerShare. Ich kann meine Galaxy Buds 2 zum Beispiel nehmen und nachdem ich hier Wireless PowerShare aktiviert habe, auf dem Front-Display mit dem Dropdown hier auf die Mitte meine Buds in identischer Farbe platzieren und schon laden sie mit einem einzigen Ladekabel. Das sind die harten Fakten, aber für den Kunden wird es wichtig sein, dass wir diese Power erlebbar machen. Und das macht ihr am besten mit der Kamera. Wenn ihr dem Kunden innerhalb von 30 Sekunden zeigen wollt, wie mächtig das S21 FE ist, dann braucht ihr nur die Kamera zu öffnen und unter mehr die Regieansicht oder Directors View auszuwählen. Ihr habt nämlich wie in der gesamten S21 Serie die Möglichkeit des Dual Recordings. Ihr könnt also mit der Frontkamera und der Rückkamera gleichzeitig aufnehmen und das entweder Seite an Seite oder Bild in Bild. Besser kann man schlicht nicht zeigen, wie stark der Prozessor tatsächlich ist. Dazu kommt der Portrait-Modus für spezielle Bildeffekte schon bevor ihr den Auslöser gedrückt habt und der Single-Take-Modus, bei dem ihr euer Suge eine gewisse Zeit lang aufnehmt und dann von der Software verschiedenste Vorschläge erhaltet. Je nach Kunde könnt ihr damit unterschiedlich punkten. Was all diese Features gemeinsam haben, ist, dass sie dem Kunden möglichst viel kreative Freiheit geben sollen. Ihr könnt sie ihm also zeigen, aber lasst ihn sie vor allem ausprobieren. Die Kamera selbst bietet auf der Vorderseite eine 32-Megapixel-Linse, die sich perfekt für hochwertigen Content eignet, wie zum Beispiel für Instagram oder TikTok. Auf der Rückseite hat der Kunde drei Linsen zur Verfügung. Einmal die Hauptkamera im Weitwinkelformat, einmal die Ultra-Weitwinkelkamera und letztlich die Telelinse mit dreifach optischem Zoom. Und dieser dreifach optische Zoom ist wieder eine perfekte Möglichkeit, um die Stärke dieses Gerätes zu zeigen, denn optischer Zoom heißt immer kein Qualitätsverlust. Die Hauptkamera und die Telekamera sind zudem mit einem optischen Bildstabilisator ausgerüstet, der für ruckelfreie Aufnahmen sorgt. Zusammengefasst heißt das für die Kamera also insgesamt vier Linsen und jede Menge tolle Software, um kreativ zu sein. Zu Beginn dieses Videos haben wir vom Einordnen gesprochen. Dies ist nicht nur wichtig, um dem Kunden ein Gefühl für das Gerät zu geben. Uns geht es vor allem auch darum, dass ihr wisst, wo die besten Upselling-Möglichkeiten bestehen. Zum einen bieten sich immer die Galaxy Buds an. Beispielsweise hier in Form der Galaxy Buds 2 in der perfekten Farbkombination. Aber natürlich auch in Form der Galaxy Buds Pro für das bestmögliche Buds-Erlebnis. Je nach Kombination, zum Beispiel mit den Galaxy Buds 2, sind wir hier immer noch bei unter 1000 Schweizer Franken. Dann kann es aber sein, dass dem Kunden zum Beispiel das Gerät zu klein, zu groß ist oder dass die Kamera schlicht nicht mächtig genug ist für ihn. In diesem Fall empfiehlt sich ein Sprung nach oben in Richtung S21, S21 Plus oder sogar S21 Ultra. Ihr werdet hier am besten spüren, wo der Kunde sich am wohlsten fühlt. Aber wenn wir schon von Upsell reden, was gibt es dann zum Beispiel noch für Cases? Da hätten wir zunächst das Smart Clear View Cover. Es ermöglicht dem Kunden auch bei geschlossenem Cover wichtige Infos wie zum Beispiel die Zeit, das Datum oder den Akku zu sehen. Dazu kommt eine antimikrobielle Beschichtung für zusätzliche Hygiene. Auch hier sind die Farben identisch zur gesamten Galaxy S21 Fan Edition Serie, also Schwarz, Weiss, Lavendel und Oliv. Weil sein Cover gleichzeitig griffig und sanft mag, der wählt das Silikon Cover. Es ist neben den vier Farben des Galaxy S21 FE auch in diesem wunderschönen Rot erhältlich. Wer noch mehr Style wünscht, kriegt mit dem Silikon Cover mit Strap genau das, was er braucht. Wir kennen das Design bereits vom Galaxy Z Flip 3 5G und es ist erhältlich in Blau mit orangenem Strap oder in Weiss mit grünem Strap. Dieses Jahr ganz neu bringen wir dazu das Slim Strap Cover. Die Basis ist transparent mit leichter Färbung und dazu gibt es diesen Strap hier für Style und sicheren Haut. Last but not least haben wir zwei Varianten des Clear Covers. Zum einen klassisch transparent, zum anderen als Clear Standing Cover. Der Vorteil des Clear Standing Covers ist, dass ich es sowohl horizontal als auch vertikal positionieren kann, ohne dafür ein zusätzliches Accessoire zu brauchen. Damit kennt ihr alle Accessoires, die für das S21 Fan Edition auf den Schweizer Markt kommen. Ihr seid damit bestens gerüstet für den Verkauf dieses Produkts und wir von Samsung wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg. Teilt dieses Video gerne mit euren Shop- und Arbeitskollegen, denn je mehr ihr es teilt, desto mehr wissen wir, dass es euch gefällt. Bis bald auf S Plus, wir freuen uns auf euch und wünschen einen guten, tollen, verkaufsreichen Start ins Jahr. Bis bald auf S Plus, wir sehen uns auf euch und wünschen euch, bis bald auf S2. Bis bald auf S2.